Viel Spaß! Viel Spaß! Nix! Oh jemand! Oh! Gleich geht's los! Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube! Wir sind hier in Schönberg, direkt auf der Quadbahn Und wir sind auch alle mit dabei Und Marvin Flot ist auch mit Hallo! Ich wollte eigentlich auf die Schulter hauen So, Esch hat hier schon den Helm auf Ja! Und du hast auch eben schon die erste Testfahrt gemacht, ne? Mhm! Klappt das alles? Und wir wollen gleich alle zusammen irgendwie fahren Vielleicht fahren wir alle gleichzeitig oder nacheinander Mal sehen! Also der Helm hier war irgendwie nicht so gut Der hat nicht so gut gepasst Der ist doch scheiße! Auch mit dem Helm hier! Passt der? Weiß ich nicht! Muss man mal schauen! Passt! Gucken wir mal, sieht gut aus! Ich hoffe, XL passt! Der kann einfach nix! Und der... Viel Spaß! Viel Spaß! Ja, Esch ist auch da! Das ist meine Maschine hier Ja! Und es hat Esch da drüben Den blauen... Den blauen, ja! Und aus hier drüben Brennt und das die in der Bremse Also die ne brandet lieber hier Gleich geht's los! Esch fährt auch schon los! Und Papa ist auch noch da, ne? Hey! Und macht das Spaß? Keine Antwort! Macht das Spaß? Ja! Super! Da staubt voll immer ganz schön! Ich ärgere, dass er sich nicht das schnellere genommen hat, ne? Ja! Ja! Adrian heizt da! Um die Kurven! Adrian ist durch! Jetzt darf Esch auch anhalten, glaub ich! Dann nochmal! Das glaub ich dir! Ja, warte! Wie war's? Gut, aber bei den großen Teilen, wo ich mitgefahren bin, da geht die Lenkung total schwer! Ich weiß nicht, ob das bei den Lütten auch so ist? Nein! War bei dir nicht, ne? Ja! Seid nochmal! Ja, nochmal fahren! So! Unsere erste Runde, die haben wir ja beide zusammen gemacht! Und ich höre jetzt auf! Aber Esch hat gleich gesagt, nochmal, nochmal! Ja! Und macht Laune, ne? Ja! Okay, komm, dann gib Gas! Und weg ist er! Und er macht es so gut! Hey! Super duper! So, jetzt sind hier Max und Marvin am Start! Der sieht doch aus wie ein Affe auf dem Schleifstein, ne? Und hier ist noch einer! Und Mama filmt das Geschehen von hier nochmal! Ja! Puh! Meine, wie du es in Staub, ne? Glaubt man ja gar nicht! Hat es aufgewirbelt! Puh! Ne! Max! Ich krieg keine Luft mehr! Also Staub-Lunge hat man hier, ne? Und hier ist Esch wieder! Kannst du überhaupt noch? Ja! Natürlich kann er noch! Und jetzt ist erstmal Stau hier! Esch hat erstmal alle vorbeigelassen! Marvin floggt hier am Start! Und Max hinterher! Und jetzt kommt auch noch Esch das gut, dass du dir vorbeigelassen hast! Das sieht doch viel cooler aus hier! Da haben wir den ersten, ne? Und Max an zweiter Stelle ist halt der sichere Fahrer! Ja! Aber er holt auf! Sehr schön! Ja! Nein, du musst normal fahren! Ich glaub dir das! Aber wir wollen jetzt einmal zum Strand! Ja, ok! Aber kann ich hier kaufen? Ich komm ans! Ja, genau! Und hier sind die Rennfahrer wieder zu Hause! Und wie war es? Du bist ja ungefähr zweimal... Wie viele Runden bist du gefahren? Zweimal! Und wie viele Runden waren das? Konnte man schon gar nicht mehr zählen, ne? Keine Ahnung! So, das war jetzt hier unser kleines Abenteuer auf der Quadbahn! Wollen wir es nochmal machen? Ja! Wäre cool, ja? Das macht auch richtig Spaß, oder? Ja! Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben! Schreibt es in die Kommentare! Tschüss! Und tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao, Kakao!